Manchmal wird alles etwas stressig, lange, anstrengende Tage und trotzdem fällt es ihm schwer, abends abzuschalten. Da macht es Sinn, alles mal etwas herunterzufahren und sich, auch wenn es nur 10 oder 15 Minuten am Tag sind, einfach nur für sich Zeit zu nehmen und für sich da zu sein. Für dieses Video ist genau das das Ziel. Für die nächsten 15 Minuten möchte ich dich anleiten, in einer geführten Meditation. Setz dich ungestört gemütlich auf dein Bett, auf ein Kissen am Boden oder deinen Stuhl. Schau, dass du bequem sitzen kannst und gut gelüftet wurde. Aber achte auch darauf, dass es nicht zu kalt ist, damit du nicht frierst. Setz oder leg dich nun bequem mit gestreckten Rücken hin. Wenn du sitzt, achte darauf, dass du Haltung bewahrst. Und wenn dir das schwerfällt, dann nimm dich gerne an eine Wand an, die dich dabei unterstützt. Beginnen wir mit ein paar Atemübungen. Und dann schließe deine Augen. Atme tief ein, dass sich der Bauch wölkt. Ziehe die kalte, kühle Luft durch deine Nase ein und halte den Atem. Für einen kurzen Moment. Und atme wieder langsam aus. Noch einmal tief einatmen durch die Nase. Und wieder ausatmen durch den Mund. Noch einmal einatmen. Einatmen tief durch die Nase. Spür die kühle Luft. Und tief ausatmen durch den Mund. Zum letzten Mal. Einatmen. Tief einatmen. Und ausatmen. Sehr gut. Machen wir nun weiter. Spann nun deinen Körper an. Alle Körperpartien, alle Muskeln, alle Stellen, die du bewusst wahrnehmen kannst. Baue eine Spannung auf. Eine bewusste Spannung. Und halte diese für 30 Sekunden. Halte die Spannung. Fokussiere dich auf die Spannung. Nimm wahr. Spüre die Anspannung in deinen Muskeln. Und dann lass los. Entspann dich ganz bewusst. Atme aus. Und lass alles locker werden. Die Arme, die Beine. Und noch mal. Spann deinen ganzen Körper an. Jeden Muskel. Deine Arme, deine Beine, deine Füße. Bau eine künstliche Spannung auf. Halte die Spannung. Und locker lassen. Alle Muskeln entspannen. Setz oder leg dich jetzt nun ganz gerade hin. Ganz entspannt. Wenn du sitzt, achte darauf, dass du Haltung bewahrst. Streck deinen Rücken nach oben. Lehn dich gegen die Wand, wenn dir das hilft. Und dann schließe nun die Augen, wenn du das nicht schon getan hast. Vergess deinen Alltag. Mit allen Problemen, alle Herausforderungen und Sorgen. Schließe dich gedanklich von der Außenwelt ab. Du bist nur anwesend hier, in diesem Raum. Du bist in der Gegenwart. Nicht in der Vergangenheit. Und auch nicht in der Zukunft. Lass los. Alles, was dich reizt. Alles, was dich unzufrieden macht. Alles, was dich unglücklich macht. Lass all deine negativen Gedanken und Gefühle. Lass all den Hass, die Neid, die Eifersucht, das Nachtragen los. Lass los. Entspann nun aktiv jeden Teil deines Körpers. Beginne mit den Füßen und arbeite dich nach oben. Lenke deine ganze Aufmerksamkeit, dein ganzes Bewusstsein in deine Füße. Stell sie dir genau vor. Die Fußsohlen. Die Zehen. Die Fußrücken. Und entspann deine Füße. Die Fußgelenke entspannen. Die Waden. Die Schienbeine. Die Kniegelenke. Die Oberschenkel. Arbeite dich langsam nach oben. Lass jeden einzelnen Muskel locker. Lass die Spannung los. Lass gehen. Entspann dein Unterleib. Oberbauch. Die Verdauungsorgane. Weiter nach oben zum Brustkorb. Brustorgane. Über die Schultern zu den Armen. Lass alles locker werden. Lass alles los. Lass es ganz ruhig hängen. Entspann auch deine Hände. Und die Handflächen. Die Handgelenke. Die Unterarme. Die Ellenbogen. Die Gelenke. Die Oberarm. Die Schultern. Lass auch deinen Rücken los. Wirbelsäule. Wirbel für Wirbel. Lass locker. Lass los. All die Anspannung über den Alltag angesammelt. Lass es los. Das Gehen. Lass alles locker werden. Lass alles locker werden. Die Lücken. Die Lippen. Die Wangen. Die Augen entspannen. Auch deine Stirn nicht vergessen oder die Kopfhaut. Jede einzelne deiner Muskeln ist entspannend, lass den ganzen Körper locker. Lass dich fallen, leiste keinen Widerstand, spüre wie ruhig und friedlich du bist. Genieße diese Ruhe. Spüre deine Atmung. Wie tief du einatmest und lange ausatmest. Deine ganze Aufmerksamkeit liegt bei dir, deinem Körper und deiner Atmung. Deine ganze Aufmerksamkeit liegt bei dir, deinem Körper und deiner Atmung. Und dann finde langsam wieder zurück in deinen Alltag. Lass dir Zeit, die Augen zu öffnen, deinen Blick wieder zu schärfen. Nimm dir einen Augenblick Zeit, um wieder dort anzukommen, wo du bist. Nimm dein Umfeld wahr. Bewege wieder langsam deine Arme, deine Beine, deine Zehen. Und dann kannst du wieder aufstehen oder liegen bleiben, wenn du magst. Atme noch einmal tief ein und langsam wieder aus. Und dann sei stolz auf dich, dass du dir diese 15 Minuten nur Zeit für dich und deinen Körper genommen hast. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut.